so jo hello desli willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute geht es weiter mit der faq serie weil die hat euch ja echt heftig gut gefallen also die daumen nach oben sind echt ganz gut abgegangen für meine verhältnisse und ja dann würde ich sagen hau mal gleich mal die erste frage raus hydra gang fragt hattest du als kleines kind ein haustier nein hatte ich nicht weil ja keine ahnung eine katze hätte ich zwar gerne mal gehabt aber irgendwie habe ich dann doch keine bekommen und ja genau zweite frage leute wie viel aus wirst du mal haben ja also so viele wie möglich so viele wie drin sind einfach also keine ahnung 1000 abos werden schon richtig geil eigentlich da würde ich mich schon übertrieben freuen und ja genau ich würde mir echt freuen wenn man das irgendwann noch schaffen wird nächste frage itsrotzgekaft fragt bist du ein gurkensalat und wenn ja wie fühlst du dich dich hat ein natürlich bin ich ein gurkensalat xd john xd fragt wenn du ein größer größerer youtuber bist mit mastiskopien oder bis k 96 basse ein video drehen dein deutsch ist auf jeden fall auch richtig gut finde ich das sollten auf jeden fall testen was für eine note du in der schule hättest vielleicht schreibst du am besten mal in die kommentare wenn du das video siehst und dann passt der scheiß da nächste frage leute was würde ne halt 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 dominik 04 11 fragt was würdest du eher machen ein affen aus dem zoo klauen und mit ihm ins kino gehen oder ein monat lang ein hund sein der sein schwanz jägt ja ich glaube das ist eine klare sache ich würde auf jeden fall den affen aus dem zoo klauen das wäre doch voll witzig man ohne scheiß mit dem affen ins kino gehen das wäre richtig geht schild so ein richtig cooler affe wisst ihr wisst ihr wisst was ich meine oder ja dann unterstrich das ist leonie fragt kannst du mich in deinem video erwähnen wahrscheinlich oder ja ich würde sagen leute das war's für die faq folge wenn es euch gefallen hat schreibt noch weitere fragen in die kommentare dass man da noch ein paar folgen machen können ich poste auch mal noch mal auf instagram irgendwann aber jetzt haben wir ja zwei faq folgen hintereinander rauskauen das sollte jetzt erst mal reichen und ja ich hoffe es hat euch gefallen lasst den daumen nach oben da und ja dann sehen wir uns im nächsten video wieder haut rein leute und tschüss